Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Klein-Seelheim. Wo ist her? Helga abtanken. Wird's wieder hinkommen? Oh, oh. Ich seh mich schon wieder da sonst wo liegen. Ich hab ja die breiten Püschels drauf, ne? Musst ja mal aufpassen. Eben Helga abtanken. Und dann jetzt lospressen. Können wir nämlich schon mal mit anfangen, ne? Aber sonst sollen wir jetzt hier großartig dumm rumstehen, ne? Können wir ja auch schon mal was anderes in der Zeit machen, ne? Wie viel PS braucht die Presse? Können wir nicht auch mal in Klein ziehen? Hm? Können wir auf C gehen, ne? Jetzt hab ich doch wieder verschwommen, das Bild. Geht hier nicht, um in Klein zu fahren? Ach, CPS hier, oder? Dann müsste der CS hier doch ziehen. Können wir gleich ein CS nehmen. Oder was meint ihr? Müsst ein CS fahren? Hab ich voll Bock drauf. Ach, ich steh hier auch nur zum Zugucken, ne? Und meint sich, wart auf Helga. Ist ja nicht Helga. Heute ist dunkel gar da. Wie drischt heute. Helga hat wohl Wochenende. Ist ja Sonntag, ne? Oh nee, ihr guckt die Folge Dienstag. Nee, da ist ja schon kein Dienstag mehr. Nee, da hat Helga kein Wochenende. Da ist ja Dienstag. Ich bin langsam ja auch schnauzvoll. So, komm, mach hin, ne? Guck mal, der Svenny ist doch da. Mach mal dein Röhrchen raus. Und fährt der Svenny da jetzt runter. Nee, da bleibst du jetzt stehen. Will die mich verarschen, oder was? Ja, und da ist so ein bisschen. Dunkel gar. Was soll ich dazu sagen? Das ist so eine Veräpplung, ey. Komm, geht's ab, dein Gemüse da. Und dann ist Ruhe. Können sich ja keiner antun. Mann, Mann, Mann. Oh, Mann. Und den können wir aber eben rausfahren, ne? Dann sollte er auch einen Gong reinmachen. Mit unserem coolen Moped hier. Muss man den eben hier stehen. Und schwuppsdiwupps die Presse hinter. Und dann fahren wir eben den kleinen CS. Pressen. Ja, fünf PS weniger. Muss die Presse so ziehen. Was war das denn für ein Hüpfelie? Egal. Da kommen noch Grassballen raus. Müssen wir dann ja noch weg können. Okay, kein Problem. Schauen wir auch noch. Ein bisschen Gas gegen hier. Rumpel von Pumpel. Oh, Dunkelgau. Ah, jetzt sieht sie. Bis sie haupt. Bist du überhaupt nichts? so ein schickes bild oder vorher freuen wir die tippe man nicht ausgemacht Nein, ich dachte, ich hätte den ausgemacht. Hier sind wir noch im Brüllerland. Wer hätte die Scheili eigentlich zugemacht? Da komme ich ja nicht total mehr. Was ist denn mit Fahnen so? Voll warm. Ich bin gerade mit dem Zweckfahnen. So, Stroh für unsere Kühe. Schicki, fein. Können wir da auch einen Checkkarten hinter machen? Und dann warten wir mal auf die Dinge, die da kommen. Hier ist die Felderinfahrt. Okay, benutzen wir den mal, ne? So ganz nebenher, ne? Schon korrekt hier. So, mein Sponsor. Zurücklegen. Was heißt denn Sponsor? Ja, zurücklegen halt, ne? Macht schon Laune, ne? Wenn wir nicht unbedingt zu weit fäsen. Da findest du gleich jetzt auch, ne? Ich darfst Helga mal jetzt vorn da. Kannst du ja eh so schlecht abtanken. Dann meckert die Dunkelgarde wieder runter. Da hab ich gar nicht so Lust drauf. Schnuckelt er aber so drinnen lang, ne? Da hat er gar keine Schmerzen mehr. Wir müssen ja erst dunkelgau abtanken. Ich hab den echt nicht ausgemacht. Ich dachte, ich hätte den ausgemacht. So ein Schickraum. Da steht der kleine Fifi, ne? Mit der großen Presse. Und machte da Piepemann nun Sinne. Da kannst du ja gar nicht so genug fahren. Mit kräht sie wieder runter. Ah, du stehst im Weg. Knopf, ne? Diesmal habe ich eher angehalten. Nicht mit mit... Da flackert mein Monitor. Ich glaub, der hat's auch nicht ganz wichtig. Ich stehe mit dem hier an der Seite. Jetzt hab ich ihn ausgemacht. Ich hab auch gar kein Rückwärtsgang. Posten angehalten. Puh. Muck, wie das eben hier noch, ne? Bisschen pressen. Ist nicht verkehrt, ne? Wichtig ist das Stuhl. Wir brauchen das unbedingt für die Kühe. Wir haben fast so viel wie nichts drinnen. Deswegen war das ganz sinnig. Das wird wir jetzt mal pressen. Und dann können wir schön Bogenbearbeitung machen. Und dann ist jetzt vielleicht was von dem anderen Gemüse mal wieder reif, ne? Hätten wir da mal einen Schritt nach vorne machen können. Und irgendwie müssen wir ja mal auf den grünen Zweig kommen, ne? Passt aber mit unserem CS, ne? Cooles Moped, oder? Wo kleinen Schlepper für zwischen 0, richtig gut, ne? Das Radio ist kaputt. Attrappe. Schon wieder voll, oder? Ich finde es lecker. das passt komische wachstumsstufen wenn das Gemüse so unterschiedlich wächst ist nicht so schön das ist nicht schön jetzt bin ich zu weit gefahren kommt schon ein paar Welles zusammen viel schneller kannst du mir da mit dem fahren zieht er nicht schneller aber der ist zu straßen und ach komm mal ist ja unten reicht er kann die Geschwindigkeitsrekorde brechen beim Pressen oh letzte Bahn ist ja auch fertig direkt schicken vorhin so Leute ich sag dann aber jetzt erstmal danke fürs zugucken bis hierher wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein Däumchen freuen ganz ehrlich und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen würde ich mich echt über ein Abo freuen und würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss